Wenn man überlegt, dass ich mal, weil mein, also das Video, Video Special, alle 100 Videos hat einfach zu wenig Aufrufe und das kommen keine Kommentare, wir werden zwar ein paar Aufrufe generiert, aber da keine Kommentare kommen, wenn ich das jetzt ändern mit dem 100 Video Special, das würde ich sagen, alle 100 Videos seid ihr dann so bereit, dann ein Video von mir zu verlangen, sozusagen, und zwar das Muster ist weiterhin, das von dem Video Special, das ist hier, das sind wieder gesagt die ganzen Sachen, also Video Specials, allgemein jetzt, und zwar das erste Thema, also erste Frage, das sind die 6 Themen, zweite Frage, sind die Länge und soll ich noch Statistiken anhängen, Also da sage ich mal, ja, also ja, einfach ja und nein, also nicht ja, alle einmalig, sondern so, ja immer, und b, nein niemals. So lasse ich das, dann so die Antworten, natürlich, drittens kann ja nicht C werden, sondern nur A und B, aber ich sollte ja zumindest interpretieren können, und das, es ist wichtig, dass ihr das Video kommentiert, weil sonst werde das immer mehr herausgezögert, weil ich habe ja das 300. Video schon hochgeladen, und, und es ist immer noch nur ein Video Special, weil einfach kein Kommentar kam, ich wollte einfach mehr Kommentare haben, deswegen lade ich dieses Video auch hoch. Wenn ihr das Video liked, dann auch bitte kommentieren. Teilen macht sich bekannt, damit ich meine gelobten Aufrufen bekomme, und abonnieren würde mich auch freuen, dann kriege ich auch mehr Aufrufe. Bis dann und ciao.